Pfandflasche Kurzgeschichte Eine angenehme Mischung aus Erleichterung und belebender Spannung ergriff Ansgar. Seine forsche Gangart begleitete ein dauerhaftes Lächeln, während er sich zügigen Schrittes seinem Ziel näherte, dachte Ansgar an sein Geschäft, die verstaubten Staturen auf den Schränken und die vergelbten Tassen, die sich darin stapelten. Er hatte sich vorgenommen, den Laden aufzupeppen, nachdem er ihn von seinem Großvater geerbt hatte. Er wollte ihn moderner gestalten, musste aber schnell einsehen, dass dieses Unterfangen bei einem Antiquitätengeschäft wenig zielführend war. In seinen Armen trug er, in viele Lagen Luftfolie eingewickelt, die teuerste Flaschenpost, die aus Hamburg jemals abgeschickt wurde. Es war perfektes Timing. Der Antiquitätenhandel lief nicht. Für seinen Opa anfangs schockierend, für Außenstehende selbstverständlich, waren es nur die wertvollen Altwaren, die es Ansgar angetan hatten. Was vom alltäglichen Handel allerdings übrig blieb, reichte beim besten Willen nicht, um ein wohliges Gefühl finanzieller Sicherheit in ihm auszulösen. Das musste sich ändern. Er hatte vor wenigen Tagen die Geschäftsidee seines Lebens gehabt. Ansgar hatte eine Tourismusinnovation erdacht, die sich in seinem Kopf bereits zur Kulturrevolution ausgewachsen hatte. Er wollte einen Töpferladen auf Maui aufmachen. Ansgar war niemand, der gerne mit anderen Menschen über seine Ideen sprach. Am Ende wurde eh nur daran herumgemeckert und alles schlecht geredet. Diese Erfahrung hatte sich in den letzten zwei Tagen bei diversen Bankterminen bestätigt. Er überquerte den Spielbubenplatz und die Reeperbahn. Breitbrüstig kündigte die CDU auf einem Plakat den Besuch von Angela Merkel mit den Worten »Die Kanzlerin kommt« an. Ein humorbegabter Mithamburger sprach Ansgar aus der Seele. Er hatte mit nordischem Humor und fettem schwarzen Filzstift auf dem Plakat vermerkt »Und alle so yeah«. Dann hatte der junge Antiquitätenhändler sein Ziel erreicht. Die Postfiliale an der Ecke Seilerstraße, Detlef-Bremerstraße. Gegenüber schob ein Flaschensammler seinen Einkaufswagen klirrend vor sich her. Durch das erst kürzlich erlassene Verbot von Glasflaschen auf der Amüsiermeile gab es in der Gegend deutlich weniger dieser Profiteure intensiven Biergenusses. Die einzelne Flasche, die Ansgar im Begriff war, zu verschicken, würde sich morgen auf seinem Konto in Form von 250.000 Euro rematerialisieren und ihn damit zum König aller Flaschensammler und zum Besitzer des ersten Töpferladens auf Maui machen. Er fand, er hatte sich das Geld verdient, auch wenn es seinen Weg zu ihm nur durch einen glücklichen Zufall gefunden hatte. Vor zwei Tagen hatte er sich von der Kommanditgesellschaft Kiezkredit die überschaubare Summe von 5000 Euro für ein Geschäft mit Lef geliehen. Er hatte Lef vor einigen Jahren auf einer Reise nach Russland kennengelernt. In Russland schätzte man zwar das Alte noch auf eine andere Weise, aber in Russland war es auch luxus, fließend warmes Wasser zu haben. Ansgars Töpferladen war nicht zufällig auf Maui geplant. Vor einer Woche hatte sich Lef mal wieder aus seiner kalten Heimat gemeldet und über eine zum Verkauf stehende bretonische Bombarde berichtet. Er hatte Lef um mehr Informationen gebeten und in einer E-Mail Fotos und Beschreibung des zum Verkauf stehenden Doppelblatt-Instrumentes erhalten. Es waren noch die originalen Blätter aus Buchsbaum und Brombeerrinde vorhanden, die zwar nicht gespielt werden konnten, dafür aber sehr wertvoll waren. Der Einkaufspreis von rund 5000 Euro hatte ein großartiges Geschäft versprochen. Ansgar hatte bereits beim Kauf des Instrumentes einen Interessenten, dessen Gebot für ihn ein Reingewinn von ca. 500 Prozent bedeutete. Seine Kalkulation stimmte aber nicht ganz. Der Transport und die Einfuhr des antiken Instrumentes hatten das Geschäft zu einem Geldgrab werden lassen. Ansgars angeborenes Talent für Katastrophen hatte dann dazu geführt, dass die frustmotivierte Sauftour, die dem finanziellen Schiffbruch folgte, in den fürsorglichen Armen der Angestellten der Kommanditgesellschaft Kiezkredit endete. Die engagierten jungen Männer sahen Ansgar besoffen wie ein Dichter, der endlich mal was verdient, Richtung Hermannstraße torkeln und waren natürlich besorgt. Folgerichtig griffen sie ihm nicht nur sprichwörtlich unter die Arme und nahmen ihn mit und beförderten ihn in die Elbe. Das geschah natürlich nur zu seinem Besten und diente lediglich dem Zweck, ihm beim Klarwerden zu helfen. Als er in der dreckigen Elbe dümpelte und vier Meter über sich dreikantige Gesichter über die Kaimauer ragen sah, hatte er ernsthaft überlegt, nicht nach der nächsten Leiter zu suchen, die ihn zurück ins Trockene bringen würde, sondern sich einfach treiben zu lassen und zu hoffen, auf Maui wieder zu sich zu kommen. Da das brackige und eiskalte Elbwasser währenddessen in jede Ritze seines Körpers einsickerte und der Gestank sich in seinen Atemwegen festsetzte, verwarf er den Gedanken und begann in Richtung Leiter zu paddeln. Als er hochschaute, sah er, dass die grinsenden Kastengesichter noch da waren. Als er an der Leiter angekommen war, verschwanden sie. Ansgar hatte inzwischen panische Angst bekommen. Er hatte die böse Vermutung, dass sein kleines Bad erst der Anfang war. Seine zitternde Rechte umklammerte die erste Sprosse der Metallstiege. Da sah Ansgar eine Flasche in dem Raum zwischen Kaimauer und Leiterschwimmen. Sie war groß und hatte so dicke Glaswände, wie es Ansgar zuvor noch nie gesehen hatte. Der Lebenswille kroch langsam wieder in seine Glieder zurück. Er würde nicht kampflos untergehen. Er kletterte ein Stück die Leiter hoch, bückte sich nach der Flasche und steckte sie mit dem Hals voraus in die Tasche. Als er fast ganz oben angekommen war, bückte er sich erneut, stellte die Füße auf die vorletzte Sprosse und hielt sich an der letzten fest. Er hatte vor, den drei Kommanditgesellschaftern eine besondere Art von Flaschenpost zu schicken. Ohne Zeitverzögerung, ohne Zettel und ohne Wasser, aber dafür direkt ins Gesicht. Er nahm die Flasche in seine Rechte, atmete tief durch und katapultierte sich mit einem festen Stoß seiner Beine über den Rand der Kaimauer. Die Flasche hoch erhoben stand Ansgar auf einer leeren Mauer. Tropfte, froh und sah in 20 Metern Entfernung die blauen Uniformen zweier Streifenpolizisten verschwinden. Glück gehabt. Hier hatte dann endlich das Debakel ein Ende gefunden und Ansgar hatte sich betrunken, verschuldet und patschnass, sicherheitshalber immer noch mit der Flasche in der Hand nach Hause begeben. Der nächste Morgen begann mit einem infernalischen Kater. Ansgars Geigenhumor brachte ihn dazu, die Flasche, mit der er gestern sein Leben hatte verteidigen wollen, in das Schaufenster seines Ladens zu stellen. Während er das tat, fiel ihm auf, dass die Flasche tatsächlich extrem alt aussah und von Form und Material her nicht im geringsten einem modernen Getränkebehälter ähnelte. Er nahm die Flasche, zog sich mit einem Liter schwarzen Kaffees in die Tiefen seines Ladens zurück und begann, sie zu untersuchen. Nach einigen Stunden und vielen Telefonaten hatte er herausbekommen, dass die Flasche nicht nur 185 Jahre alt war, sondern auch, dass sie zum Nachreifen von Portwein verwendet worden war. Eine Gravur am Boden der Flasche klärte ihn darüber auf, dass darin der Vintage-Port einer Traditionskälterei nachgereift wurde. Er hatte den Besitzer angerufen und der hatte fast einen Herzinfarkt bekommen, als ihm Ansgar von seinem Fund berichtete. Der junge Mann, mit dem Ansgar gesprochen hatte, war gerade dabei, die Kälterei seines Großvaters neu aufzubauen und hatte Probleme damit, die alte Qualität zu erreichen. Ein Freund seines Großvaters hatte ihm verraten, dass der seinen Vintage-Port immer in einer ganz besonderen Art von Flasche hatte nachreifen lassen. Nun war der Enkel seit drei Jahren auf der Suche nach den Originalflaschen und hatte vor wenigen Tagen aufgegeben und damit begonnen, eine eigene, nach dem Vorbild verschiedener Zeichnungen entwerfen zu lassen. Da ihn das inklusive der Testphasen über 1,2 Millionen Euro kosten sollte, hatte er Ansgar 250.000 Euro Finderlohn versprochen, sollte er ihm tatsächlich die Originalflasche zukommen lassen. Als Ansgar nun besagte Flasche abgeschickt hatte, war das Dauergrinsen in seinem Gesicht noch etwas breiter. Er begab sich zur nächsten Sparkasse und konnte sich einen Ausruf des Jubels nicht verkneifen, als er die Anzahlung von 10.000 Euro auf seinem Konto sah. Er hob 6.500 Euro ab. Er zahlte der Kommanditgesellschaft insgesamt 5.700 Euro inklusive Zinsen zurück und kaufte für die übrigen 800 Euro eine Riesenmenge Töpferton.